Dieser Smart steht hier zum Verkauf. Das schwarze Coupé hat einen Kilometerstand von 39.705. Die Erstanmeldung war Ende 2010. Das Coupé besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Schiebedach, ABS, ESP, Traktionskontrolle, Sitzheizung und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 71 PS auf die Straße. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr.